namaste herzlich willkommen zu einem neuen video heute gucken wir uns ein ashwarya video an und zwar spricht sie wohl die stimme von angelina julie im film maleficent mistress of evil und ich bin sehr gespannt was das für ein video ist was wir hier haben von walt disney studios india wir sehen schon mal ach ja sie hat eine interessante frisur passend zum film diese auch die grüner um einen grünen dass er bei kontakt lense glaube ich mit der wir würden es nicht nicht anlegen oh angelina julie den ersten teil habe ich mir angesehen ich auch oh mein gott queen vielleicht sollte sie spielen die hauptrolle das wäre geil scheisse wie uuuuh oh temmel das schon auch geil aus um achwarya rai super ahwarya rai sprich für andina julie die grünen augen die sind auch gott ich glaube ich habe gern der haut bekommt ich glaube ich auch der kohle kohle ich habe mich neu für ich habe mich noch mal verliebt ich darf schon ich war vorher schon verliebt aber jetzt sagt sie hat mein ganzes herz es war ja wunderbar gut habe ich jetzt nicht gedacht dass es so ein neues video wie sie da der location so gesprochen hat mit dem outfit und das war echt passend war echt passend war ich gut also ich freue mich schon aber wir werden den film halt auf deutsch anschauen natürlich durch genau leute werdet euch den film anschauen schreibt es gerne in den kommentaren schaut euch unsere anderen reaktions an es werden noch viele 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 mehr kommen und ja vergiss nicht leicht dazu lassen abonnieren kommentieren und dann sagen wir mal tschüss und bis zum nächsten mal mit ach war der reihe oder mit sonst anderen videos bye bye we love you muah